Ja, wenn man beim Schultest nicht gelernt hat, dann hat man einfach beim Nachbarn abgeschrieben, ist halt nur doof, wenn der Nachbar selber immer nur 5 schreibt, da bist du am Arsch. Da bist du wirklich am Arsch. Oh, gut, dass ich sie hier treffe. Schreiben wir morgen einen Test? Mann, das ist echt streng geheim. Aber ich kann es dir ins Ohr flüstern. Die Bohnenköpfe. Heilige Makrele. Nicht, dass es mich interessieren würde, ich will es nur wissen. Was zum Teufel? Was ist das für ein Scheiß? Das ist meine neue Ballwurfmaschine und sie verwandelt unser Auto in einen lustigen Panzer. Damit baller ich jetzt unseren Lager. In einen lustigen Panzer. Ich hab auch einen, du Arsch. Das gefällt mir gar nicht, Leute. Er will einen Test schreiben, ich spüre es. Jetzt entspann dich mal. Ich weiß, was du brauchst. Wellness Fee, bitte das volle Programm. Das macht es nicht besser. Entspann dich, jetzt hast du mal Zeit für dich selbst. Siehst du, so geht man mit seinen Problemen um. Ich verbarrikadier die Tür. Dann kommt der Lehrer nicht mehr rein und wir können den Test nicht schreiben. Megageil. Aber ihr kommt auch nicht mal raus. Zieh deine Windeln an, Jack. Wir schreiben den Test. Der Test startet jetzt. Die 1-Millionen-Euro-Frage. Q. Was ist der erste Buchstabe im deutschen Alphabet? Es ist A, Q, B, D, C, B oder D, A. Was ist der erste Buchstabe im deutschen Alphabet? Na, es ist A, oder? Ich weiß nicht, Kumpel, ist das so? Na klar. Also soll ich das einkommen? Nee, Q ist falsch. Ja, bitte. Ich locke A ein. Ja, das ist meine Antwort. Okay, es ist eingeloggt. Du hast Q eingeloggt? Klappe. 1-Millionen-Euro. Was ist der erste Buchstabe im deutschen Alphabet? Du hast Q gesagt. Eigentlich A. Aber die Antwort ist D. Ist aber auch wirklich eine ganz schwierige Frage. Also ich würde für diese Frage einfach nur, um die Nummer sicher zu gehen, alle verfügbaren Jokers nehmen. Weil das ist schon wirklich schwierig für eine 1-Millionen-Euro-Frage. Ich wüsste es nicht. A ist der erste Buchstabe im deutschen Alphabet. Sorry, Jack. Die Zeit ist leider um. Du gehst jetzt mit deiner Kuh spazieren. Ich weiß noch nicht mal, was ein Alphabet ist. Guck mal, die Girls an der Bar. Die hassen sich. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Wir sind beste Freundinnen. Das sieht man daran, wie wir unsere Gesichter zusammenpressen. Jetzt wisst ihr, wie dicke Menschen entstehen. Schaut mal, Leute. Ich kann schielen. Oh nein, zu weit, zu weit. Na, du bist ja nicht gerade die hellste Torte. Auf der Kerze. Bleib mal ruhig. Danke, Chris. Jedenfalls spiele ich jetzt nur noch Fortnite mit Leuten, die mindestens 10 Kronen haben. Ist das dein Ernst? Was denn? Du kannst während der Arbeit nicht privat telefonieren. Ich habe nur mit der Zentrale telefoniert. Ich habe neue Eiscreme bestellt und so einen Scheiß. Weißt du was? Du bist gefeuert. Was? Das war's. Nein, 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 nein. Ich brauche den Job. Können Sie sich das nicht nochmal überlegen? Denn die anderen Angestellten... Ich meine, was ist mit der Kuh? Die macht doch hier auch nur Scheiß. Du machst hier doch auch nur Scheiß. Sie arbeitet nicht hier. Oh, okay. Verschwinde. Okay, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit Ihrer Eiscreme und Ihren Arbeitsstunden. Alles klar. Ich habe sie angesehen und gesagt, selbst wenn sie mich bezahlen, würde ich hier nicht arbeiten. Und dann bin ich rausgestimmt. Das war total cool. Ich so, wiedersehen. Ich werde nach dem Job kriegen. Genauso ist es passiert. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Das stimmt. Aber ich will eine Note besser. Ich klingel jetzt. Wer ist da? Wir sind's. Geht weg. Wir wollen nur kurz mit Ihnen als Lehrer reden. Kommen Sie. Sie müssen uns reinlassen. Na gut, aber geht zuerst zwei Schritte nach links. Seht nach oben. Lächelt. Ach, verdammt. Ist das so geil. Ey, das ist eine richtig gute Animation. Ey, das ist eine richtig witzige und coole Animation. Definitiv, startiv, akkusativ das Original angucken. Ich bitte drum. Lass die bitte da. Lass Kommentare da. Lass Wotschreiben da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss. Derer. cireal. Derer. 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 Derer.